leute hier gibt es ein geschenk von einem zuschauer und zwar heißt derjenige cats underline r underline awesome er hat mir 30 tage premium geschenkt inklusive 3000 gold ne 500 gold gold 3030 tage auf jeden fall wollte ich mich bei dir bedanken vielen vielen dank geschenk angenommen ja dann werde ich zu deinen ehren ich werde dich noch in game anschreiben cats are awesome und ja dann werde ich zu deinen ehren ein let's play machen vielen dank bis gleich so zu ehren eines zuschauers der mir für circa 20 euro 3500 gold plus 30 tage premium geschenkt hat werde ich jetzt mal ein zwei runden t57 heavy spielen ein anderer zuschauer hat angekündigt will mir für 100 euro auch was schenken wobei ich dich dann bitten würde mir in game zu schreiben mit deinem account weil bei größeren summen nehme ich die geschenke erst an wenn ich auch weiß wer hinter dem ganzen steckt wäre also lieb wenn du dich mal dann in game bei mir melden würdest also du schreibst mir in game eine nachricht und sagst dass diese 99 oder 100 euro gold was auch immer du mir da schenken möchtest dass das von dir kommt damit ich erstens nämlich auch bei dir bedanken kann per video und zweitens dann als video beweis habe dass du mir das geschenkt hast wenn da was schief läuft da hat man dann immer noch ein beweis wer das ganze geschickt hat wenn es denn dann schief läuft kann ich denjenigen sozusagen auch fragen wieso weshalb und dann auch weitere ist schon lange rede kurzer sind wir wollen mal wieder ins positive also zu ehren des zuschauers der mir für 20 euro gold und premium tage geschenkt hat ja das war wohl nix wir werden hier wahrscheinlich überrannt werden gleich war ich starte mal für den nächsten clip gold weil das sieht gar nicht gut aus hier keine sau hier ganz schön geil stell dich bitte vor meine kanone damit ich den nicht abballern kann ja hast du wunderbar gemacht e5 genau so macht man das wenn ein autoloader den gegner rausnehmen will immer schön vor dem vor die kanone stellen damit er den orja nicht rausnehmen kann das hast du prima gemacht mein freund hast du echt dufte gemacht das muss ich dir schon sagen wunderbar ich lade mal wieder normale munition vierer clip ja die wasten sich da vorne die zwei also sind nicht die schlausten ich glaube ich mache nicht mal vom acker hier so langs das geht bitteschön nicht nur dass die mich da blockieren weißt du die wästen sich auch noch das komplette botteam des jahrhunderts schon wieder alle mann kämpfen links während rechts auseinander fällt jawoll beide tot richtige entscheidung da wegzufahren weil habt ihr ja gesehen da außer blockieren und äh 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 wasten kam da nichts bei rum ja das mit ja ja Maus, komm doch einfach zurück. Maus, alter, sei doch kein Sturkopf. Unser Jagdpanzer fährt da ans Wasser. Oh Gott. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nee, nee, nee Auf mich brauchst du nicht pengen, Junge Als ich da an der Front stand, gegen was weiß ich, wie viele Leute da, warst du irgendwie, keine Ahnung So, als ich auf die Fresse gekriegt hab War ja auch keiner da, entspann dich Wir gewinnen das doch, entspann dich doch Entspann dich, Junge Nicht rumpingen Wir haben noch ein fuller PT95 da oben stehen Entspann dein Leben Keine Panik auf der Titanic, sag ich nur Ich bin auf die Straße, aber nicht mehr Ich bin auf die Straße, ich bin auf die Straße, ich bin auf die Straße Untertitelung des ZDF, 2020 Ich schlag mal nach Ok, ich muss mich hier vergessen Oh Gott, ZDF, 2019 Ich schlag mal nach Das Fahrzeug ausgeschaltet Geduld braucht der Mensch Wenn ich Pech hab Das Fahrzeug ausgeschaltet 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! Geht doch! Oh Gott, war jetzt nicht der Hellste, aber naja... Noxus, Objekt 263, wow! Yeah, man! Ich bin der Super Unicom! Ich hab'n Hardcore Super Unicom gekillt! Hahaha! Passt schon, Mann, ey! Macht doch noch Spaß! Entspannt euch mal! Was ist denn los mit euch? So, das war zu deinen Ehren! Vielen Dank! Oh! Wir hatten auch einen Noxus! Wie hart ist das denn? Das war der Noxus, der sich da vorne gewastet hat, da irgendwie an der Front! Und... Ein bisschen Geduld, Jungs! Ein bisschen Geduld, dann wird das schon! Alles klar! Ich würd' sagen, vielen, vielen Dank für diese... 20 Euro Gold, was du mir geschenkt hast und die Premium-Tage, also 3500 Gold und 30 Tage Premium! 30 Tage Premium hatte ich ja letztens von einem anderen Zuschauer bekommen! Vielen Dank! Wir sehen uns! Bis dahin! Ciao! 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 Ciao!